Amigos, adios, adios, el silenciolosos, bailando, bailando, amigos, adios, adios, el silenciolosos. Ja, hallöchen. Hi. Du bist jetzt nochmal wer? Ja, bin ich in der Sendung, Rott. Nee, du bist nicht in der Sendung. Ja, wieso nicht? Willst du in der Sendung? Ja, ich will in der Sendung, ne? Hm, was können wir denn da machen? Also, hm. Naja, nein. Wer bist du denn überhaupt? Ja, ich hab hier den Stream so von Kümpel bekommen. Aha, ja, ja. Und ja, seitdem höre ich das immer, weißt du, und das sautet Radio. Aha, aha, ja, erzähl weiter. Und ja, ich find dich ganz erotisch, ne? Ja, ich dich auch. Ich bin halt ein richtiger Ossi und... Ja, wir machen hier ein bisschen Funke. Ja. Und, äh, ja. Ja. Ich wollte mal fragen, ob ich da also mal DJ machen könnte bei euch. Du bei uns DJ machen? Ja, ich bei uns DJ machen. Naja, ich mein, äh... Richtig funky, oder? Ja, groovy, funky, ich weiß. Kann ich mir vorstellen. Ey, müsst mich sehen, wie ich jetzt immer abgehe zu deinem Bild, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Ist richtig, richtig, richtig klasse. Auf jeden Fall. Ähm, sag mal, kannst du uns noch kurz was vorsingen, bevor wir den, äh, Gurki jetzt hier rannehmen? Ich? Ja. So richtig, so auf Ösisch. Ja. Was soll ich denn singen? Sing mal, äh, sing mal, äh... Ja, sing mal, Ölapalöma. Ölapalöma. Blank. Ha, 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 ha. I just... Ha, 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 ha. Dö, 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 Ölapalöma. Blank. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich hab dich verrascht, du, DJ, DJ. Oh, Mann, oh, Mann. Klick, klick, klick. Wer ist es denn, hä? Nee, 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 nee. Wer denn? Ja, wer ist es denn? Ja, keine Ahnung. Ja, red halt mal, äh. Red? Ja. Ja, keine Ahnung. Überleg mal, wer dich jetzt so richtig mal verarscht nennt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich sag nur, ich bin in deinem Team. Hm, in deinem Team. Moment. Und ich hab dich vorhin schon ungefähr 50.000 Mal versucht zu querieren. Der MC! Ja! MC, ja, ha, ha, ha. Halt die Nase, ey. Du, Alter, Rucker, du, was machst du, Alter? Ja, ha, 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 ha. Was ist denn seine? Ey, du nimmst meine Quellen nicht an und... Nee, nimm mich auch nicht. Du hast mich angekriegt mit irgendeinem. Ja, gib mir mal OP oder sonst was. Ich bin grad bei einem Freund und so. Ich so, wie OP. Cooler Overtake-Versuch. Naja. OP hat dich gar nicht gefragt. Ich wollte nur mit dir reden, aber du nimmst deine Quellen nicht an. Naja, hm. Ich hab immer schön geschlossen, so. Alles schön geschlossen. Ja, ich hab's gemerkt. Naja, MC, ich muss jetzt den Gurke rannehmen. Ja, also... Und man hört sich dann, okay? Ja, ich grüße mich. Schönen Gruß nach Bayern. Ja, danke schön. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße dich. Darf's aber nicht. Moment. Ich mach jetzt nochmal den letzten Song, dann check ich mal den Gurke ab und dann geht's auch schon los. Der MC, Mann, Mann, Mann. Ähm.